Das ist mein Armband von Pandora. Das ist der Verschluss davon. Also es ist hier so Roségold und das kann man dann hier so durchmachen. Und hier drin habe ich einmal diesen Sicherheitsverschluss, weil wenn das Armband aufgeht, dann hält das hier halt noch so ein bisschen zusammen und dann fallen nicht direkt alle Charms davon ab. Dann einmal das Herz hier. Das habe ich mir ja zum Dienstag selber gekauft. Dann habe ich den Charm da dran, das ist so eine Winterlandschaft. Habe ich beim Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Und dann hier diesen kleinen Wurm, das ist eigentlich süß, hat meine Oma mir geschenkt. Hier ist Aristocat, erinnert mich ein bisschen an Linda. Dann diesen kleinen Oktopus, den mag ich auch sehr gerne, weil ich finde, der guckt so süß. Hier ist ein M für Mavi. Und dann ist hier noch der dran, das ist Winnie Poo. Ich habe jetzt mal einen Geburtstag bekommen, hat so ein kleines Partyhütchen auf. Sieht man den überhaupt genau? Und dann ist hier drauf, steht da Happy Birthday. Und hier ist noch so ein kleiner Honigtopf. Genau, das ist mein Armband.